Jyestikasana, auch genannt Jyestikasana, ist die schliegende Stabstellung. Du legst dich auf den Rücken und streckst die Arme hinter den Kopf aus. Du hältst aber die Fersen zusammen und die Daumen berühren sich, dehnst und streckst dich so weit wie du kannst. Das ist Jyestikasana, auf dem Rücken liegend. Jyestikasana wird aber öfter auch verwendet für die Bauchentspannungslage. Du drehst dich auf den Bauch und hast dabei die Arme nach vorne ausgestreckt. Jyestikasana ist die Stabstellung auf dem Bauch mit Armen nach vorne. Manchmal wird auch jede Bauchentspannungslage als Jyestikasana bezeichnet. Dort kannst du zum Beispiel auch die Hände übereinander legen und den Kopf zur Seite oder auch auf die Hände. Jyestika kommt wahrscheinlich von Jyastika und bedeutet Stock und Stab. Jyestikasana ist die Stab. Vielen Dank.